herzlich willkommen zu battlefield 1 ja ich mache ein bisschen späer spielen spawne ich einfach direkt mal hier ich kann gleich mal einen befehl anfordern ich weiß nicht der wartet immer mein druckbruch squad leader der wartet immer bis alles eingenommen ist bevor er spawnt das kann doch nicht sein oder ist wir haben einsatz ziel albert erobert wir haben einsatz ziel auge nach oben Alter, hab ich keine Munition mehr, wenn ich jetzt weiter spiele. Mörder! Ach ja... Na ja, geht's sonst. Ich finde die Scharfschützen haben irgendwie... Also, es gibt übertrieben viele Scharfschützen in diesem Game. Ich weiß, ich spiele gerade selber einen, aber eigentlich spiele ich hier kaum einen. Was? Wieso zum Fick? Holy crap! Oh Gott! Sind die schon dauer? Ich weiß es echt nicht. Holy shit! Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Komm schon, erobert ihn! Tauben, da oben! So, ja... Holy fuck! Oh, jetzt bewegt der Sachs sich! Schmerer gesichtet! Hör auf dich zu bewegen! Bitte! Was? Zum Fick, ich treff diesen blöden Wixer nicht. Du wirst mich jetzt nur scheißern. Du wirst mich jetzt nur unverscheißern, oder? Da drüben, Speer! Was? Zum Fick! Holy shit! Ja, feistlicher Bomber! Hör auf dich mit allem, was ihr habt, Männer! Feindlicher Bomber, Jungs! Okay, meine Muni ist alle. Oh crap, oh crap! Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Jetzt müssen wir nur noch eins! Okay, ich bin aufmunitioniert. Okay, ich bin aufmunitioniert. Ach, wer macht das denn zu uns? Bisschen im Dunkeln. Feindlicher Panzer gesichtet! Aufpassen! Feindlicher Bomber! Boom! 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 Oh! 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 Okay! Holy fuck! Jetzt war ich mir sicher, dass ich im links... Oh Gott, jetzt schießen alle auf mich! Ne, das ist nicht mehr so voll... Mal schnell Nachladen... Ziel, äh, dort ist er keine Sitzung mehr. Oh fuck. Da, ein Sperr! Tja. Da hat ihn das wohl nix gebracht mit dem Fahrrad da entlang zu fahren. Hm, ich bin mir grad nicht so sicher, aber irgendwie hab ich das Gefühl, ich treffe immer, aber es zählt irgendwie nicht als Treffer. Da ist er. Oh mein Gott, ich muss einen Tick schnell abdrücken. Wir haben einen Ziel, Emil, erobert. Das ist ein Jerry. Oh shit. Ja, genau so kriegt das. Das ist dein Ziel. Nein! Er hat ihn nicht geschafft zu töten. Ich hab ihn extra markiert für ihn und er hat es nicht geschafft, ihn zu töten. Nooo! Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Ach ja. Team Kameraden. Ich muss nur kurz ein bisserl gucken, wo hier... Wir haben Einsatzziel David verloren. Okay, da ist glaube ich keiner. Ich bin mir nicht so sicher. Es kann doch echt nicht sein. Es kann doch direkt nicht sein. Es ist doch... Jetzt aber das ist... Was ist los mit mir? Ähm, hallo? Zack, weggesnipet. Okay. Kann man nachladen. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Wir haben halt sie verloren. Dafür bin ich... Was? Ich war hinter der Wand. Wieso kriegen die mich immer mit einem verdammten Scheißschutz? Wir haben Einsatzziel David erobert. Ah! Ah! Nein! Ich krieg diesen Zweikampf nie! Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Ist einer ihrer Speer! Ah! Holy f**k Ach, Mann Wir haben Einsatzziel Emil verloren Wir haben Einsatzziel Bertha erobert Das Ziel ist gefallen Holy crap Holy shit, was schießt er auf mich? Ist er von dem der da irgendwo? Da, da ist gerade jemand gelaufen Ach, das war er Wir haben Einsatzziel David verloren Loll Soldat da drüben Panzerwagen, Vorsicht Holy crap Holy shit Oh, lol Wenn das jetzt der auf da Ich wusste doch, dass da Feinde sind Die ganze Zeit Aber dann sind da so viele von meinen Leuten rumgelaufen Oh, jetzt ist Nebel Ach, scheißdreck Da ist immer noch einer von uns Wie gibt's sowas? Wir verteidigen dieses Ziel Jaja, Schnauze Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren Wir haben Einsatzziel Bertha verloren Nein Jetzt ist einer da Wo war das? Ist das immer noch der Berg gewesen? Alter, hüpf doch drüber Alter, hüpf doch drüber Loll Und der bekommt es wieder mit Fick dich Wir verlieren Einsatzziel Albert Und der bekommt es einfach wieder mit Er bekommt es einfach wieder mit Er bekommt es einfach wieder mit Was? Was? Ja, genau, ich renne um die Ecke und schieße mich noch durch den Stein durch. Es ist unfassbar. Mit stumpfen Nahkampf. Schlagstock. Oh, nice. Ja, oh nice, das ist so eine Sache. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Fast. Blöder. Jetzt noch irgendwo einer. Wo war's das jetzt? Es scheint gewesen zu sein. Wir haben Einsatzziel David verloren. Okay. Wurde aber auch Zeit, dass die jetzt endlich mal Ruhe geben. Ich glaube, es sind hier immer noch welche. Ich hör's doch. Wie der tot ist. Ich bin so scheiße. Ich bin immer noch so scheiße. Ich bin immer noch so scheiße. Ich bin immer noch so scheiße. Ich kann mich so aufregen. Es ist unfassbar. Warum zieht der jetzt? Sie ist unfassbar. Das ist ein Speer. Sieht ihn. Wo? Da ist ein Speer. Wo ist da ein Speer? Ich hab die ganze Zeit gedrückt. Nicht du. Nicht du. Oh mein Gott. Weißt du das? Lassen sie sich nicht blicken. Dann fall ich runter und beide rennen raus. Die blöden Spaß. Das ist unfassbar. Ich kann's austicken. Wie sind da eigentlich immer noch so viele? Oh mein Gott. Wenn du so guckst, ist kein Mensch da. Doch da hinten ist einer. Wir haben Einsatzziel Gustav erohnt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Verliert es nicht wieder. Was? Was? Zum Fick. Okay. Okay. Das ist echt lächerlich. Jetzt seh ich ihn nicht mehr. Kuh bringt auch nichts. Himmel. Was? Und den treffe ich wieder nicht mit der gleichen Entfernung eingestellt. Ich glaub's einfach nicht. Das kann's doch echt nicht so sein. Echt. Oh Mann. Wir haben Einsatzziel David verloren. Ah. Manchmal kann ich echt austicken bei dem Game. Wenn es jetzt hinten beim Berg... Gott sei Dank. Wenn es jetzt hinten bei diesem Berg gewesen wär. Holy shit. Nein, ich spawn bei dem. Mir ist mir irgendwie lieber der ist ein bisschen noch abseits von... Oh shit. Du Humpanzer. Ich geh nicht zu A. Forget it. Das freut mich. Nein. 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 Was macht der? Äh. Warum? Nein. Was macht der? Äh. Warum? Da war ich knapp. Ein HP. Ein verdammter Scheiß-HP. Wir haben Einsatzziel David erobert. Gute Arbeit, du! Na gut, dann oberen wir mal mit, oder? Haben wir wenigstens ein paar Punkte bekommen. Ich will auch. So. Hm. Da war einer. Ich hab's genauer gesehen. Oh, das soll man ja hinterher und vielleicht messern. Das wär mal mega nice. Zumindest mit dem Schlagstock. Da ist wieder einer. Ich versuch's mal. Ob ich da was reißen kann. Oder ob die schon auf mich warten. Das kann natürlich auch sein. Das ist halt schwer. Wir haben Einsatzziel Friedrich verloren. Wir haben Einsatzziel Friedrich verloren. Wir haben Einsatzziel David verloren. Wir haben Einsatzziel Cäsar erobert. Was? Ich hab ihn zweimal. Oh mein Gott. Warum funktioniert das bei mir nie? Es kann's doch nicht wahr sein. Es kann's doch nicht wahr sein. Ich weiß, der Sinn und Zweck des, also dieses Spielmodus mache ich natürlich gerade nicht. Aber ich will ja eigentlich nur meine, äh, meine Medaille schaffen. Das heißt, mit stumpfem Gegenstand. Gerade vorher war es scharf, jetzt stumpf. Ist die Trick, der, die ist immer noch da. Das ist ein feindlicher Speer. Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert. Kimmel ist weg. Der andere, der ist weg. Wir haben Einsatzziel Gustav verloren. Der ist weg. Okay, der ist weg. Okay, der ist weg. War wohl der. Feindlicher Panzerwagen. Naja. Panzerwagen, da drüben! Geht's! Geht's! Du sollst sterben! Okay. Soll ich die Punkte mit einig sacken? Ich kenne die Punkte mit. Oh Gott. Das sehe ich immer noch nicht. Ich kenne immer noch die Punkte. Ist das denn scheißernst? Oh. Wieso Dreckspumpt der will ich? Oh ja, Munition. Das sind die gar nicht mal so schlecht. Wo hat er die hingeworfen? Nein. Das ist die scheiß Muni. Wir haben Einsatzziel Friedrich verloren. Auf Munitionierung. Auf Munitionierung. Ach Gott. Ist da noch Platz? Nein, da krieg ich wenigstens 200 Punkte. Wir haben Einsatzziel Emil erobert. Wir haben das Ziel erobert! Wir haben Einsatzziel Friedrich erobert. Ich schau mal, ob ich noch unsere Munition brauchen könnte. Weil... Das Ziel ist gewalt! Es geht los! Okay, der will fahren, dann bleib ich mal bei B. Dann will die 200 Punkte bekommen. Wir haben Einsatzziel Emil verloren. Das Einsatzziel ist gewalt! Ähm, okay. So, Verteidingsbefehl ausgeführt. Dann rennen wir mal da entlang. Da drüben, ein berettender Feind. Das Ziel doch! Nehmt es ein! Wir verlieren Einsatzziel Bertha. Wir haben Einsatzziel Friedrich verloren. Puh! Scheiße, das wollte ich eigentlich nicht. Der gehört mir, der gehört mir, der gehört mir! Ja! Oh shit. Der hat die Granade fallen lassen! Holy Crap! Holy Crap! Ja! Genau so wollte ich das. Okay. Verkackt. War jetzt allein der Reiter, der in die A aingenommen hat hier? Ist da keiner mehr? Da hinten irgendwo? Ein paar, wieder ein paar Sniper. Die sind ja gerade gerne da gewesen. Okay, weil jetzt versuche ich A einzunehmen. Natürlich abseits von diesen Bergen. Wie lauten unsere Befehle, Feldhebel? Befehle? Aha, komm. A einnehmen. Wer ist das? Alles klar. Mach schön. Das jetzt! Wie lauten unsere Befehle? Unser Ziel! Erobert es! Danke, Kumpel! Dankeschön. Ich bin zwar nicht angehittelt, aber danke, jetzt hast du mir die Sicht versperrt. Von deiner Wund! Hast du Hilfe? Mhm. Dankeschön. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Ich kraxe mal da hoch. Ich würde den gerne markieren, weil der... Na bravo, feindliche Kavallerie. Naja. Boom! Sackte Sicht. Okay, das ist mir einfach zu gefährlich. Lol. Das ist mir einfach zu gefährlich, weil ich da doch aus Versehen mal reinrenne. Lol. In der Nähe deiner Position ist ein Wachsoldat-Kit verfügbar. Wir haben Einsatzziel Gustav erobert. Wir haben Einsatzziel Albert verloren. Da drübe ist ein feindlicher Sturmsoldat! Da! Feindlicher Sanitäter! Naja. Wachposten da drüben! Abstehen! Nein! Shit! Aufpassen! Feindlicher Speer gesichtet! Ja! 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 Das klappt hier. Gucken wir mal zu A. Der Nebel, der nervt mich langsam. Okay, der Bayer ist tot. Eindeutig. Wir haben Einsatzziel David verloren. Wir haben Einsatzziel David verloren. Schlag zurück, Bella! Na gut, das sind gerade so viele. Ich glaube, das... Da nehme ich noch ein paar Punkte mit. Holy Frack, Holy Frack, ich will nicht sterben. Juhu! Mummi! Oh, schade. Naja, gut. Das war eine schöne Runde. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und... Ciao! Ich bedanke mich fürs Zuschauen und die Runde, 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 Untertitelung des ZDF, 2020